Amigos, hier ist Loni und Will, kommen zurück, Zelda, Minish Cap und so weiter, ihr geht euch aus und ich habe überhaupt keine Ahnung was ich tun soll, das ist was ganz komisch, ich weiß nicht, ich bin fast tot, das ist ja auch was ganz neues, hat man auch noch nie, ich bin trotzdem etwas verwirrt, wir waren bestimmt schon in diesem Minish House und wir machen es trotzdem nochmal, ja, 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 ich werde Minish, super toll, hätte ich ja nie gedacht, übertrieben krass, weißt du, ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt, das habe ich doch, was, was, habe ich doch schon, was bist du denn, Spastien, das haben wir noch fünfmal ist gleich, so, ich brauche erstmal Herzen oder einen Heildrang oder irgendwas, das kannst du ja so erstmal überhaupt nicht machen, jipp, und nicht getroffen, toll, ah, warte, 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 Ich habe gerade eine mega Idee, pass auf, ja, Hilfe, nein, ich will hier nur raus, ich habe trotzdem eine Idee, das sind Bohnen, die nicht wachsen, ja, und wir, boah, machen mir nur Herzenfakt, ey, machen mir nur Herzenfakt, ey, scheiße, Und am Ende, das war so klar, ich wollte ja sagen, am Ende tötet mich einfach ein Octorock, weißt du, Ja, gut, Muss ich selber wissen, für mich wäre das auch nix, auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, wir, da ist ich, also ich laufe schon wieder rein, so dämlich, es gibt Bohnen und wir haben Flaschen und wir können da Wasser drauf schütten, so, danke, meine Fresse, ich haue euch allen auf Klabutsche, So, erstmal, das Viertelherzlimit ist erstmal weg, ja, ja, ich bin müde, danke, so, dann, was unsere Flasche ist, wo ist unser Inventar, da ist es, sie ist leer, Dann probieren wir das erstmal mit, mit normalem Wasser, aber das nicht funktioniert, dann nehmen wir dieses komische Gongoldberg, dieses grüne, Ranz, Minz, Gift, keine Ahnung, was finden wir, hoppla, Wasser, ihr wisst schon, was ich meine, so, du hast was in die Flasche gefüllt, diese verschiedene Sachen, gießen, es hat verschiedene Sachen, ich singe sehr hoch, das geht so nicht, Muss ich auch selber, naja, ich gehe mal weg da, ich bin mal sehr gespannt, ob es funktioniert, was, oder, ob er jetzt sagt, hey, wir brauchen Gongoldwasser, es geht leider nicht anders, bin voll sorry, weißt du, Jo, boah, doppelt gefickt, Bitch, so, speichern wir erstmal, dann schauen wir mal, nein, etwas weiter vor, nein, einmal noch, Jetzt stelle ich mich ganz drauf, wenn es sein muss, das funktioniert nicht, alles klar, Wenn ich mir mal komisches Gongoldwasser, wenn das nicht klappt, dann verstehe ich es nicht, ob ich noch ein super Elixier oder sonst irgendwas kriege, weiß ich nicht, Nein, 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 dass sie auch so wenig Schaden machen, ey, Spocken, Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich laufen auch richtig, Sieht, na doch, sieht danach aus, Jo, und jetzt links, Ja, doch, okay, Schwimmflossen immer noch nicht, Für diese komischen Sachen noch mal auch immer noch nichts, Wir machen ja irgendwie gar nichts, ne, Pisst euch mal Verpisst euch Ich bin Loni und warum ich mein Schwert Ich benutze das auch so ein Rätsel der Menschheit Weißt du Loni und Schwert benutzt das nicht Keine Pointe Na Moment, da komm ich Stimmt, da komm ich nur als Mindestell Ich hab Ja Das ich auch voll Also ich bin auch ehrlich selber schuld Ich schütte das Zeug da rein Dann nehme ich mein eigenes Gongolwasser erhalten Das gibt es nur auf dem Gongolberg Oder ob es da auch noch Special Wasser für gibt, ich hab ja keine Ahnung Ich werde es hoffentlich mal Ich werde es hoffentlich gleich rausfinden Ich muss irgendwie kaschieren Dass ich keine Ahnung Keine Ahnung habe, was ich hier tue eigentlich Ich will nur, dass die dich verpissen Ich will nur hier raus Ich bin eigentlich voll gegen Gewalt Und so, ne Aber bei den Pissern Rutsch mir die Hand aus Ich bin ganz ehrlich Dass ich mich nicht von einem Ort zum anderen teleportieren kann Muss ich auch mal Krass bemängeln gerade Ich müsste einfach mal sterben, weil es verdient ist So, Moment, halt Der Typ war da unten Der komische Bohnentyp Und der andere Es gab ja noch einen Mit einer Bohne Der war Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht mehr, wo er war Aber irgendwo war der Es gab irgendwo ein Typ, der auch gesagt hat Ja, ne, mein Haus wohne und so Und, na genau So, mal gucken Speichern wir das nicht klappen Und dann weine ich Weißt du, wenn ich auch daneben schütte, ist auch so eine Heldentag Okay, das funktioniert nicht Dann kriege ich vielleicht irgendein Item dafür Keine Ahnung Oh, werd doch klein, Junge Muss ich das als Minish draufschütten oder was? Oder wie? Oder hab ich ein Item dafür? Windstab Nee Ah, Mann Rolle nicht in der Nähe vom Baumstämmen Ich hab's ja verstanden, ey Ich habe neben meinem Haus Ja, weiß ich doch Da kann ich doch nichts für Ich beschütte dich Mit Gongolwasser, weißt du? Ach, dann leck mich doch Nimm deinen scheiß Bohnen Verpiss dich einfach, Junge Ernsthaft, so Windstab Naja, dann Dann haben wir halt noch kein Item dafür Und wir sollen ja auch recht sein Dann gehe ich wieder Und schau mal inzwischen, was ich noch zu tun habe Wie auch immer ich das überlebt habe Ich soll mir auch mal einer erklären, aber gut Nein, nein Muss ich nichts zu sagen, oder? Ich kann immer einen Gegner töten mit dem Ist ja auch schön Hier ist auch kein neuer Typ Äh, da oben kam ich immer noch nicht hin Ich könnte London Milch kaufen Ich bin hier gesunde London Genau, 100 Rubine Genau Mann, halt's mal Zwei scheiß Rubine fehlen mir Will ich mich eigentlich Ganz ehrlich Ähm, okay Dann gehen wir mal kurz auf Rubinenjagd Die zwei Rubine Man kann ja mal Herz zeigen Und einem armen Kleinkind London Milch verkaufen Nein, das geht nicht Macht das Zeug kaputt Stimmt, mir fällt gerade ein Ich habe ja noch mal eine Attacke Djo Djo Ne? Ein Herz für Loni Djo Ja, so macht das Spaß So kann man arbeiten Keine Rubine Eine Spinne Jetzt wird sie Alter Mann Das ist Rubin 99 Noch ein Herz Noch ein Herz Aber bitte spiel jetzt Sei doch keine kleine Bitch Und gib mir endlich Rubin Ich würde ja auch Diese komische Weißt du die Die Hühnerquest Wir machen Aber da habe ich überhaupt Keinen Bock drauf 100, danke Habe ich überhaupt Keinen Bock drauf Mann Kein Bock Hört ihm echt zu Das letzte Mal Hat es ja nicht funktioniert Weil warum auch immer Es nicht funktioniert hat Dafür musste ich schwimmen können Oder sowas Weißt du nicht Auf jeden Fall Ich opfere mein schönes Mein schönes Gongolwasser Für was denn eigentlich Was könnte ich denn begießen Ja dann bin ich halt einfach losgeworden Sollen mir auch recht sein Die steht bestimmt auch nicht umsonst da Deswegen kauf mal London Danke Vielen Dank Bald wieder London Milch London Milch voll Was es macht Wenn wir auch Nier fahren Oder vielleicht schon mal Was ich gerade so sehe Komme ich hier eigentlich Als Milch rüber Über diese Treppe Oder Ich glaube es zwar nicht Hier kam ich immer noch nicht rein Was ist Ich bin gerade Unglaublich beschäftigt Störe meine Kreise nicht So Naja Ist ja gut Muss ich selber wissen Ob er seine Pornoheft Die Forschung nennt Ist ne also Nicht mein Bier Seine Sache Ich greife den Hund an Wieder weg Ich kann mal auf der Karte gucken Ob das nächste Elemental dran ist Oder wie auch immer das Oder nicht Oder was Julia See Komme ich da überhaupt schon hin Beziehungsweise Wie komme ich da hin Hier nach Rechts Dann bin ich da Dann kann ich da hoch Darunter Da irgendwo ein Haus Aber mehr auch nicht Nein Hier von oben sowieso nicht So was ist hier unten Da muss ich in den Sumpf Irgendwie Ich erinnere mich Dass bei beiden da irgendwie Nicht was großartig ging Ich gehe mal in die Kneipe Link geht erst mal baden In die Kneipe Oder in dieses Café Oder was er immer Weil die Alle tratschen wie verrückt Vielleicht kann ich Kapital draus schlagen Vielleicht hat er irgendwie Ahnung Ein Moment der Ruhe Ein Kaffee Und es geht mir fabelhaft Der König hat es da Hat mir vorhin das Wort zu suchen Das Wort erfüllt alle Wünsche Aber ich glaube nicht daran Ja Leck, 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 leck Okay Muss selber Ein Prosit mit Milch Meinst du, dass ich heute Etwas anderes kochen sollte Als gestern? Das hast du doch schon mal gefragt Guten Tag Schön, dass du da bist Ja, ich rate dir auch solche Orte Wieder aufsuchen An denen du schon warst Vielleicht will dort jemand mit dir Fragmenteverein Ist mir egal Alle entspannen sich Das ist überhaupt nicht gut Ich muss Infos Ganz ehrlich Ich habe nichts geschafft In der Folge Weil ich keine Ahnung Ob was ich tun soll Jetzt, da das Fest vorbei ist Bin ich ein bisschen traurig Ja Das ist ein bisschen scheiße Beim letzten Wettkampf Ziemlich weit gekommen Ja, ja Sehr interessant Total interessiert Hier kann ich Eine Flasche Wie komme ich denn da an? Bring her, was du kaufen willst Kaufe, sonst bereust du es später Hier muss ich als Minish rein Und dazu muss ich Warte mal Wie komme ich denn da oben hin? Ah, okay Wenn das funktioniert Dann bin ich ja auch geil Ganz ehrlich Das sieht sehr gut aus Aha, Hallöchen Ey, yo Spliff Was geht so? Naja Ähm, das duftet ja wunderbar Was duftet wunderbar? Ist es dieser Apfel? Sind es die Maden darin? Ist es der Gestank von Verwesung Von alten Rentnern im Café? Das ist ein Fall Für Galileo Mystery Ja, okay Muss ich einfach mal sein So, was geht bei euch so? Ja, rot die Mütze Der Wald mir nicht gefällt mir Claudia war eine bei Edeka Die blau Mütze der Stadt Mir nicht gefällt mir Was wird hier? Zwillinge Weißt du? Kann ich dann runterfallen? Die Antwort war ja Nur mal Interesse halber Kann ich da reinfallen? Ne, kann ich nicht Ich dachte irgendwie In die Theke reinfallen In Anführungsstrichen fallen Und also, naja Warum auch immer Anführungsstrichen? Egal Sie sind alle so schick hier In der Stadt ist richtig was los Warum wir keine Fragmente vereinen? Ihr seid lame You're lame Oder habe ich nicht bei allen gecheckt? Oder bin ich oder was? Oder wie oder wo? Was bist du denn? Die macht mir nicht in gar zu Besuch Und zu Fragmente vereinen Dieses Stück Holz sieht verdächtig aus Was ist das denn? Ne, ich fall einfach an der gleiche Stelle Und das ist einfach nur hässlich So, du willst nicht Fragmente vereinen Du willst nicht Ja, dann leckt mich doch Dann gehe ich einfach weiter Könnt mich mal Ich muss mir eine Flasche immer zwei holen, Junge Genau Ein Dungeon Weißt du? Über einem Laden Soll ich mir auch mal einer erklären? Ich hoffe, du pisst euch Abgang Was passiert denn? Oh, das wollte ich noch gar nicht Ich wollte erst mal weiter gucken Und gleich schauen wir natürlich Ich kann hier gar nicht Achso, natürlich kann ich hier weiter Eine Kiste, hallo Das Geräusch ist so cool, ey Was ist das denn? Achso, ein Gaper Okay Noch kurz die Schauen, ob irgendwas drunter ist An die Kiste Und dann schaue ich mal Treppe runter Okay Das ist interessant Zehn Mist Wow Hammer Ähm Ich schaue erst mal normal runter Okay, er reagiert trotzdem Nanu? Ich könnte schwören, dass da jemand ist Ist wohl Einbildung Ja, ist ja auch eine Bildung Hahaha Nanu? Also ist da doch jemand Auf einmal bist du hier hinten So geht das nicht Einfach hier reinkommen Und mich erschrecken Zehlt jetzt mal 200 Dollar Ah ja Kind Das ist nicht verkäuflich Ja, Flaschis hat Futter Für meinen süßen Hohen Schnapp zu Wie du willst die Flasche unbedingt? Was meinst du mit dir? Dann geh doch zu meinem Haus Und gib den kleinen Schnapp zu deinem Futter Dann schenke ich sie dir In Ordnung? Jawohl Jawohl Bei meinem Haus waren wir schon Ich weiß nur nicht mehr, wo es ist Prinzipiell waren wir da aber schon Hunde Futter halten Okay Bring es doch gleich dem Hund Ich habe mein Haus auf deiner Karte markiert Jawohl Ja super Da müssen wir nicht mal Ah genau Das war da oben Ja, ja I remember Ähm Wie genau muss ich jetzt hier raus? Bring her, was du kaufen willst Kaufe, sonst bereust du es später Äh, du willst keine Fragmente vereinen Dann wäre ich wieder klein Und verpiss mich Okay Das Ich Also ich bin erstaunt Dass hier mal was funktioniert hat Bei mir 15 Minuten Folge wurde produktiv Ich korrigiere mich 18 Halt Da oben noch was Da oben war noch der kaputte Balken Jawohl So Darunter kann ich nicht fallen Dann Geh mal zurück Meinetwegen Hier oben war nichts Ja Hier oben kam ich her Und nach mehr sieht es hier nicht aus Höchstens hier drüben Nein Du willst nichts Lass bloß keiner auf uns drauf treten Naja Du müsst das selber Naja Naja Na gut Dann machen wir uns wieder groß Piss dich Oma Zu arbeiten hier Wie kommen wir da jetzt hin Ähm Gehen Halt Über die Lon Lon Farm Oben lang Und dann Alles klar Alles klar Ähm Wam Moment kann ich da Ja ich sollte da oben raus Riesenidee Lonnie Weißt du Geh doch einfach den richtigen Weg Der richtige Weg ist immer toll Hab ich gehört Ich stehe gerade auf meine Adlib Liste Meine GGF Tastenliste Und sehe ich hab Nichts Was ich gerade einsetzen halte ich heute oben lang Ja genau Nimm den richtigen Weg Lonnie Genau So er hat wie gesagt Adlib Liste Da oben ist ein Headstyle Und wenn wir das holen dann Sage ich Bingo Camingo oder was Den hab ich spontan gehört Dachte ich Kannst du eigentlich mal machen Kannst du eigentlich mal ein Adlib draus machen So Hallo Schnuffi Wuffi Dingeln sich ab Natürlich Muss ich nur noch finden Halt da Hundefutter Ach ich kann es ihm einfach geben Wow wow Jawoll Leere Flasche erhalten Fülle sie mit verschiedenen Dingen Noms 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 So Hund Kannst du uns einfach was sagen Mein Herrchen Eier Kommt immer so spät nach Hause Ich hatte auch was für Essen gegeben Sag mir was nett ist Pisa hey Ganz ehrlich Kann man freundlich sein irgendwo Machen wir wieder größer Wir haben eine zweite Flasche Das ist schön Bringt uns Einbring mir eigentlich überhaupt nichts Aber ich hab sie Man muss es einfach mal so sehen So was willst du Bist du Herr Fee Nee genau Ich bin natürlich Bin ich auch Genau Dingeltanglebob hat mir ein Fragment vergeben Ich will Wie sieht es aus Soll ich mir ein Fragment vergeben Na ja Komm Natürlich Ich glaub den hab ich immer noch nicht Würde mich sehr wundern Wenn ich Na ja Hallo Stimmt Ich hatte ja letztes Mal die Fragmentorgie noch gemacht Am Ende Ich erinnere mich So Was genau passiert jetzt jung Ist das nicht Dieser vierte Baum Ein Wir sind Vielen Dank.